Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play YouTubers live hier mit unserem guten Honk und unserem ersten Mitarbeiter, dem guten Reginelle. Servus! Ja, der ist ja schon fleißig am Video machen, ne? Zeig ihm mal, was hast du gemacht? Ja, keine neuen Rekorde und so. Ich meine, er wird besser und besser und besser. Er gibt sich Mühe, ist in Ordnung, wir laden den Blödsinn hoch. So, und dann quatschen wir noch kurz mit ihm, ne? Muss ja auch sein. Ja, der verdient auf jeden Fall ein Schweinegeld. Der kriegt 600 Dollar im Monat. Das finde ich schon heftig. 600 Dollar, schaut doch mal hier. Das muss er erst mal verdienen, ne? Und die scheiß Bude hier kostet ja auch ein Schweinegeld. Und wir brauchen eigentlich eine neue Hardware. Hätte ich gesagt, wir brauchen eigentlich so langsam aber sicher eine neue Hardware. Der Junge muss drei Videos machen, dass das sich lohnt, ne? Dass wir ihn refinanziert haben. Drei Videos im Monat. Und wir sind fast schon bei 300.000 Abonnenten. Das finde ich mal ganz krass. Also ich quatsche jetzt mit ihm noch ein bisschen einfach hier, um diesen Wert zu pushen. So, nächsten Kommentar. Blablabla. Maritza, ja, ja, genau. Die hat uns echt auf dem Kieker. Die hasst uns auf den Tod. So, Hector, was auf chatten. Muss mit dir chatten jetzt. So, und was kannst du eigentlich machen? Du kannst ein Video machen. Und zwar... Ah, ich habe nichts mehr für die Konsole, gill. Mist. Okay, das ist ja doof. Weil ansonsten hätte ich gesagt, kann der ja schnell für die Konsole was aufnehmen. Das wäre natürlich auch nicht doof gewesen. So, okay, Hector. Sorry, ich habe jetzt mit dir genug gequatscht. Ich muss jetzt mal was einkaufen. Und zwar... PC. Für den PC. Ähm, wir hätten gern ein neues Mikrofon. Das haben wir aktuell. Da gibt es deutlich bessere inzwischen. Und zwar... Ich will das hier haben. Was hat das alles? Moment. Oh, das sehe ich jetzt nicht, oder? Es ist auf jeden Fall besser. Wir holen uns das. Naja, einfach so. Eine bessere Webcam wäre vielleicht auch nicht schlecht. 4K-Auflösung. Krass. 4 oder Takten. Echt? Okay. 2K Full HD. Das Ding kostet... Das hat nur Full HD. Hm. Nehmen wir das hier. Zack. So, eine bessere Rechner wäre wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt, ne? Das ist unser Titanen... Unsere Höhlenmaschine. Unsere ständig kaputt Maschine. Dachte ich, ich habe es gewusst. Die Scheißkiste. Dann nehmen wir hier den Alien-Maschine. Genau. Wir nehmen die Alien-Maschine. Kaufen. Läuft. Oh, das war jetzt, glaube ich, ziemlich doof. So kurz vor dem Monat zu wechseln, neues Zeug zu kaufen. Ich will gleich mal pleite gehen. Nein. Oh, oh. Ich glaube, das war doof. Ich glaube, das war nicht clever. Ich fürchte, das war nicht allzu clever. Die Kiste ist immer noch kaputt, oder? Jetzt gehe halt auch. Der eilt hier rum. Schaut euch den an. Ja, da kommt unsere neue Mühle. Okay, ich wollte gerade sagen, wieso steht hier reparieren. Komm, Junge, mach hin. Du musst ein Video machen. Ähm... Gameplay. Und zwar mal ganz flott. Jetzt brauchen wir überlegenes Können. Ja, und das mit mir, ne, geht eigentlich gar nicht. So, Arbeitsplatz 1, 2K-Auflösung, neues Mikro, Lärmschutz, sieben Audio-Punkte, Mono, auf geht's, fortsetzen. Wir brauchen Money. Da kann ich mir jetzt nicht erlauben, irgendein Duel mit dem Kollege zu machen. Ich muss jetzt hier mit dem Video schnell Geld verdienen. Ich habe kein Geld, du scheiß Social-Network-Hacker. Nein, du kriegst keine Kohle. Oh, ich habe Abonnenten verloren. 5 Prozent. Naja, passiert. Wir tanzen. Genau, wir tanzen. Gebt uns Geld. Rallala. Gebt uns Geld. Juhu. Feierlicher Schrei. Wunderbar. Hä, mit der Kohlen, Leute. Wir brauchen die Kohle. Äh, wir brauchen Skript vor allem. Hier passt wieder nix. Dann nehmen wir den hier. Ach, nur zwölf Punkte. Das ist ja klar. Ich bin noch nicht ausgeruht und nix. Ah. Wo soll das enden? Wo soll das enden, Mensch? Das war's. Oh, oh. Das wird ein scheiß Video, glaube ich. Das wird richtig schlecht. Das wird richtig schlecht. Au, weh, zwick. Naja, gut. Nein, es hilft nix. Komm, auf geht's. Rein damit, rein damit. Wir haben noch ein paar Punkte. Jawohl, weicher Fokus, rendern. Auf geht's. Videoqualität. Neuer Rekord. Hör doch auf. Stimmt doch gar nicht. 1600. Ja, wobei, ja, wir sind im Grünen. Das passt. Wir können es uns leisten. So, Rage, pass auf. Wir quatschen in der Runde. Oh, Mann. Oh, Mann. Es läuft nicht, es läuft nicht rund im Moment. Ja, ihr habt ja auch geschrieben, ich soll vielleicht ein bisschen warten noch, bevor ich jemanden einstelle. Aber hey, ich bin des Wartens überdrüssig. Ich hasse dich und deine Videos. Lass es einfach. Ja, 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 ja. Also, mit der haben wir wirklich einen absoluten Dauerhater. Mit der guten. Ja, mei, das ist halt so. Schade. Die Miete. Oh, mein Gott. Und da. Boah, Reginald hat mal eine flotte Gehaltserhöhung gekriegt. Ich glaube, ich spinn. Wer hat denn das verhandelt, hm? Wer hat denn das bitte verhandelt? Diese Gehaltserhöhung. Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Das geht ja gar nicht. Kann man hier ein bisschen einkaufen, den ganzen Scheiß. So, was wir sind vom Team Royal. Bla, bla. Dein Computer. Mächtiger Virus. Alles mehr. Arschlecke. Nix Virus. Oh, genau. Bonus. Perfekt. So, Meister. Du musst doch mal Geld verdienen. Mach ein Video, bitte. Und zwar flott. Hier, ein kleines Gameplay. Auf geht's. Mach alles selber. Du machst das schon richtig. Mit unserer neuen Turbo-Supermühle. Genau. Du machst alles selber. Passt. So, Level 18. Ich mach mal langsam echt Sorgen da. Ich will den zweiten PC haben, ansonsten kommen wir hier nicht vom Fleck. Aber ich kann keinen kaufen. Ich konnte keinen kaufen. Geht nicht. Juni. Im Juni sind wir schon, Leute. Im Juni. Für die Z-Box. Ja, wir sollten auch Dinge der neue Spielchen kaufen, glaube ich. Zombie-Workout ist draußen. Schau an. Das klingt auch nicht verkehrt, ne? Zombie-Workout. Was muss man sich da drunter vorstellen? Ich nutze die Chance. Esst schnell was. Moment. Sandwich. Auf geht's. Mahlzeit. Aber der ist gut beschäftigt, ne? Der Kollege. 733. Ne? Von 600 auf 733. Da wäre jede Gewerkschaft stolz auf so einen Fortschritt. Krass. Gut, dann schlafe ich halt nochmal, solange der da so ewig lang rumsitzt. Aber ich bin echt limitiert. Ich bin total eingeschränkt. Zum Heulen. Was ich nicht verstehe, wieso kann ich oben keinen PC hinstellen? Warum geht das nicht? Ne, kann ich nicht. Geht nicht. So, dann zeige ich mal, was hast du zusammengezimmert. Oh mein Gott. Oh, Reg. 48% ist nicht prickelnd, ne? Ne. Nicht wirklich. Das ist nicht prickelnd. So. Ja, ich kann im Moment eigentlich bloß mit ihm, ne? So, ein bisschen Quatsch. Mehr kann ich nicht. 700 stecken. Also, es geht im Monat einen guten Tausender raus, ne? Ein guter Tausender geht raus. So. Wir gehen einkaufen. Oh, Moment. Nur der Standard-Hater. Genau. Nur der Standard-Hater. Wir kaufen neue Games. Amazing on. Neue Games. Ja, okay. Ah, er geht nach Hause. Okay. Jo, mach's gut. Servus. So, Top-Seller. Pass auf. Äh, la, 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 la. Juni, Mai. Ne, können wir nicht. Okay. Wo ist denn das aktuelle Zeug? Ist doch jetzt was rausgekommen, oder? Star-Dart Adventure. PC, PC, PC. Meine Konsolen. Ja, aber... PC. Alles? Ne, nur meine. Hier, meine Konsolen. Hier ist die Z-Box. Genau. Das ist alles so alt. Die haben doch geschrieben, die Spiele sind draußen. Wurde veröffentlicht. 2. Juni. Zombie-Workout. Ich sehe da nichts. Habt ihr was gesehen? Ich habe nichts gesehen. Nochmal. Zombie-Workout. Nö, ich sehe da nichts. Niente. Null. So ein Scheiß. Wir kaufen mal den Scheiß. Mein Gott. So, 15 Dollar. Wir kaufen mal den Scheiß noch. Auf geht's. Kaufen den Dreck. Läuft. Schaffen wir die 300 in dieser Folge? Ist jetzt die Frage, ne? Moment, ich muss mit dir nochmal chatten. Ich muss mich mit der irgendwie aussöhnen, weil das geht sonst gar nicht. Das geht gar nicht. Die macht mir meinen ganzen Channel kaputt mit ihren Scheiß-Hates. Das will ich nicht. The Walking Pets gibt's jetzt. Hey, cool. The Walking Pet. Yeah. So, also dann. Neues Gameplay. Äh, 23. Mai. 28. Mai. Da könnte ich jetzt wahrscheinlich noch eine Preview machen. Ich probier's mal. So. Chat beenden. Servus Maritza. Mach's gut. Wir sehen uns. Gell? Spätestens wenn du den Daumen nach unten gibst. Kein Problem. Preview für Stardor. Oder was es ist? Stardor. Genau. Adventure. Hm. Auch nicht schlecht. Intro mit Musik. Ohne Copyright diesmal. Äh, Kapitel beendet. Beiläufig. Wütende Kritik. Äh, wir brauchen erst einmal Schauspielpunkte. Genau, da hauen wir mal ordentlich einen raus. 26 Punkte haben wir noch. Feierlicher Schrei. Skriptpunkte werden immer weniger, gell? Das ist auffällig. Aber das machen wir jetzt mal mit dem Block hier weg. Wett, besser gesagt. Oh, da war wieder ein Bonus. Ich hab nicht geschaut. Ja, das kommt davon. Man muss halt mehr schauen, ne? So, lustiger Kommentar. Keine Punkte mehr. Ein Punkt. Da wollen wir nicht viel kriegen für einen Punkt, ne? Da komm weg. So, ich bin Straßenverkäufer. Ist mir scheißegal. Nein, ich kauf nichts von der Straße. Servus. Verkäufer geht enttäuscht weg. Aha. Jummei. Schad. Passiert. Das kommt vor. So. Du kommst da hin. Jetzt hab ich oben wieder nichts, gell? Aha. Ist das so zähig Schicht hier oder echt? Moment. Moment. So rum. So rum. Ja, jetzt fliegt mir die Kiste wieder um die Ohren. Ach, komm herauf. Okay, haben wir drei Ausgänge von Meier. Kriege ich das irgendwie besser hin? Ich glaub nicht. Ne. Ne. Geht nicht. Okay. Schön, dass meine Mühle wieder am explodieren ist. Das freut mich doch. Ganz extrem. Grad neu gekauft. Schon ist die Kiste im Eimer. Das hat sich echt gelohnt. Aber hallo. Das hat sich mal echt gelohnt. So. Neue Karte. Nervige Kritik. Das passt in dem Moment sogar, wenn man die Mühle wieder unterm Himmel, unter dem Himmel und sag ich schon, unterm Arsch wegschimmelt. Naja. So. Hör mal auf hier rum zu eiteln da. Hast nichts besseres zu tun, als hier so ein Dance-Michel zu machen. Na, 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 na. Genau. Bla, bla, bla. So. Okay. Kann ich die alte eigentlich einladen? Moment. Ne. Kann ich nicht. Die hasst mich immer noch. Gell. Ja, ja, ja. Okay. Die Miri könnte ich einladen. Komm mal vorbei, Miri. Ja, ja. So. Und du machst bitte ein Video. Und zwar. Hier von ein Gaming. Ja, danke. Gaming-Video. Und das nächste Mal kontrolliere ich das bitte alles, was du da machst, ne. Viel Spaß. So. Wo ist Miri? Da ist Miri. Meine Herzallerliebste. Hallo. Eh. Was ist das jetzt? Ach Gott, jetzt muss ich hier erst mal das Ganze zusammenschnipseln. Okay. Also muss ich, klar, muss ich jetzt alles selber machen. Na gut. So. Also machen wir einen ernsten Kommentar. Gehen die Punkte jetzt von mir weg oder von Reginald? Wahrscheinlich von Reginald, ne. Weil ich bin, glaube ich, viel zu müde und so. Ich habe 24 Punkte. Er hat noch 20. Ja, das scheint von ihm wegzugehen. Tatsächlich. Aber die Karten sind, glaube ich, meine. Ich glaube, die Karten sind meine. So. Mörderischer Blick. Fröhliche Äußerung. Drei Szenen noch. Jetzt geht nichts mehr. Okay. Gut. So. An einem selben Computer wie mit dem Mitarbeiter zu arbeiten, war nicht die beste Idee. Ich entschied mich dafür, dass es Zeit war, immer den eigenen zu besorgen. Jawohl. Endlich. Es wurde auch Zeit. Das hat mich gar nicht genervt. So was. So. Da haben wir oben, oben, unten, unten, oben, unten, oben. Ich muss hochkommen. Moment. Ich muss hochkommen. Da komme ich runter. Das ist doof. Oben, oben, unten, unten. Dann haben wir einen, der nicht passt. Ja, mein Gott. Das überlebe ich. Das überlebe ich, Freunde. Wenn einer nicht passt, ist mir doch wurscht. So. Rändern. Viel Spaß. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Okay, läuft. Was ist das jetzt wieder? Einladung zu Play Studio 2. Nee, will ich nicht. So, Miri. Jetzt können wir endlich quatschen. Endlich. Aha. So. Dann tun wir doch noch kurz ein bisschen umarmen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Neues Ziel verfügbar. Kaufe einen neuen PC. Okay, kaufe einen neuen PC. Spare Geld. Sparen ist nicht gut. Sparen ist nicht gut. Moment, was ist das hier? Standard-PC. Großartig. Okay. Ja, egal. So, dann pass auf. Dann machen wir nochmal einen Videomeister. Wenn du schon so fleißig bist, dann machst du hier auch mal kurz ein Gameplay. Zack. Ich lasse den jetzt voll für mich schuckeln. Das ist gemein, ne? Oh, da habe ich jetzt natürlich keine Ausstattung da oben. Da habe ich jetzt nur Crap. Aber gut, was soll es? Ja, mach automatisch. Mach den ganzen Scheiß selber. Verzupf dich. Gehe arbeiten. Ich muss hier mich mit meinem Date unterhalten. Mit meiner Miri. So, was sagen die Kommentare? Oh, unser Standard-Hater ist nicht da. Reginald feiert sich selber. Das finde ich auch sehr geil. Das finde ich auch sehr geil. So, flirten. Natürlich, flirten. Ganz wichtig. So, nach dem Date fragen. Sollen wir es machen? Na klar, auf geht's. Wir versuchen es. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Na? Oh. Oh. Tatsächlich, oder? Okay, das ist ja nett. Das ist ja nett. Oh, die Miri. Haha. Sehr schön. Was rennst du denn weg, Schätzelein? Hey, bleib da. Reden. Aha. Ich will nicht mit dir reden. Ich will andere Sachen machen. Was ist das jetzt? Toll. Komm, es muss zusammen. Kann man nicht mal mehr umarmen und flirten. Das ist ja... Alter. Hör mal. Spiel. Du hast doch keine Ahnung von sozialen Kontakten. Ja, Geschenk kann ich geben. Das geht immer, ne? Das war ja klar. Hm. Das war ja klar. Tada. Oh. Oh, ist das lahm, ey. Hätte ich bloß nichts mit dir angefangen. Da habe ich sie wenigstens ein bisschen antatschen können. Unglaublich. Unglaublich. So, Reg. Was geht mit dir? Hm? Zeige das Ergebnis, ja? Ja, läuft doch. Ist okay. Kannst den Scheiß hochladen. Kannst gleich ein neues Projekt machen. Und den lasse ich jetzt richtig schön schuften. Der soll arbeiten. Der Reg. Na, für seine Kohle soll der gefälligst auch was arbeiten. Der ist ja lustig. Da kannst du an die geile Mühle hin, ne? Da kannst du das nächste Gameplay-Video machen. Da, schau ich das an. Das sind alles Videos vom Reg. Verdienen wir alle Kohle. Alles Kohle, Freunde. Alles Kohle. So, würdest du mal... Miri, würdest du mal hier... Danke, äh, schwierig. So. Quatschen mit dir lieber nochmal. Und unser Lohnsklave dafür bitte weiterarbeiten. Nein, du kriegst das nicht. Oh, ich hab schon wieder Abonnenten verloren. Wieso... Was soll das hier? Aufrüsten. Okay, gehen wir halt aufrüsten. Wieso kann ich hier jetzt nicht runterzoomen? Warum bin ich jetzt hier in der obersten Etage und sehe das Ganze aus der Vogelperspektive? Verstehe ich nicht. Was, der lädt immer noch hoch. Wieso denn? Stimmt doch gar nicht. Ich sollte warten, bis das Video hochgeladen ist. Hallo? Der da unten ist beschäftigt. Ich will hier einkaufen. Ist das schwierig? Ich glaub schon, oder? Beeindruckend. Bla, bla, bla. Ah, jawohl, Maritza ist wieder da. Läuft. Okay, jetzt passt's auch. Ich muss warten, bis mein Partner fertig ist. Oh, Alter. Zeige das Ergebnis. Ja, okay, lad hoch den Scheiß. Komm. Boah, ich muss was essen. Nee, das geht gar nicht. Das ist jetzt richtig hektisch hier. Ich stelle fest, das ist richtig hektisch, sobald du einen Angestellten hast. Na, dann machst du nur noch viel selber. Dann bist du eigentlich bloß dabei, den irgendwie zu beschäftigen, dass er sich rentiert. Lange Kommentar. Mein Gott. Zwölf Punkte, okay. Lange Kommentar. So, zwei Dislikes. Ja, ja. Maritza mal wieder. Ich lach mich weg. Bla, bla, bla. Ist okay. Ei, 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 ei. 300.000 Abonnenten, Freunde. Haben wir geknackt. Läuft. Läuft. So, wir nehmen den Arbeitsplatz 1. Machen hier ein Gameplay dazu. Genau, Arbeitsplatz 1, Arbeitsplatz 2. Ne, wir nehmen den... Wir nehmen den 1er. Zack. So, und der Ratsch. Den... Äh. Okay, ich kann den nicht anklicken, während ich selber hier was mache. Oh, muss man auch wissen, ne? Muss man auch wissen. Also, Musik-Intro. Was haben wir noch? Hier gibt es wieder Bonus. Nehmen wir den hier. Gibt 18 Punkte, ne? Das lohnt sich natürlich. 18 plus 2, weil Bonus, genau. Weil das Symbol gepasst hat. Da hätten wir einen sinnlosen Kommentar. Wir brauchen unbedingt Schauspielpunkte. Nehmen wir den hier. Da nehmen... Oh, wieder keine Stoch. Hier, Schauspielpunkte. Aber da passt das Logo nicht. Ah. Dann nehme ich das Gestohlene. Ne, wir hatten bis jetzt echt noch keinen Copyright-Claim. Muske Eisenhardt, Junge. Bezahl. Weil du ganz böse Urheberrechtsverletzer und so. Hm. Na ja, gut. Ich möchte mich nicht beschweren. Ich finde das ja okay. Aber trotzdem. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Ein bisschen merkwürdig das ist. So. Der, der, der. Der kommt da rüber. Der kommt da rüber. Der geht runter. Der geht hoch. Der ist unten zwei. Der geht so. Der geht so. Und der geht so. Und der geht so. Ne, wir machen andersrum. Genau. Dann haben wir nämlich nur einen, der hinten rausgeht. So. Perfekt. Machen wir den hier. Dann machen wir den hier. Und dann machen wir den hier. So. Läuft. Rendern. Viel Spaß. Neuer Rekord bei Inhalt. Wahnsinn. Ja, ja. Ja. Hochlader den Scheiß. So. Und du machst bitte auch ein neues Video. Dass du dir auch ein bisschen was getan hast. Ne. Du machst aber jetzt hier bitte noch ein Gameplay. Oh. Die Spiele sind schon wieder alt. Interessiert keine alte Sau mehr. Ja. Mach alles selber. Du machst das schon richtig. Ne. Wir verdienen da auch gute 200 Dollar. Mit einem Video von dem Kollege. Wütender Schrei. Neue Karte. Ja, ja. Wie sehen wir denn aktuell aus eigentlich? Platz 23. Wir haben 5000 Dollar schon verdient. Unser bestes Video ist immer noch mit der guten Miri. Wir können dem Netzwerk beitreten, was? Geht nicht. Luxuswohnung. Nein. Ich habe keine Luxuswohnung. Krass. Das ist jetzt 10. 10% Schutz vor Copyright Verstößen. Oh, ja. Oh, die zahlen gleich mal 50% mehr Asche. 20.000 Views im Monat. Ja. Schau mal hier. Schau mal hier. 205.000 auf einem Video. Fragen? Alles klar, oder? 100.000 Views. 5.000 Abonnenten im Monat. Das ist eine Lachnummer. Schau mal ganz locker. 1,8. So, das sind wir beim Maximina. 70% Claim Schutz. VIP-Karte. Exklusiver Zugang zu wichtigen Events. 200.000 Views. 10.000 Abonnenten wäre auch noch machbar. 2,5. 90%. Hm. Business Club. Es wird ein hochrangiger Benutzer gebraucht, um Aufträge zu stellen. Also, das wäre zumindest mal geil, oder? Da würde man das Doppelte verdienen. Hätten 70% Copyright Claim Schutz. Hätten ein exklusives Event. Ich meine, das hier schaffen wir locker. Ja, wäre auf jeden Fall eine Option. So. Und ich bin enttäuscht, dass ich mit der guten Miri hier nichts machen kann, außer ihr Geschenke zu geben und zu plaudern. Da hätte ich mir mehr erwartet. Ich kann nicht mal flirten und umarmen. Hey, Scheißspiel. Blöd. Blödes Spiel. Gefällt mir nicht. Naja, Freunde. Vor heute bin ich raus. Die Folge ist wieder zu Ende. Nein, die ist noch nicht zu Ende. Die Copyright Claim. Jawohl. Wir lösen das Problem. So, dieses Video hat eine Warnung. Das bedeutet Urheberrechtsverletzung. Bla, bla. Was sollen wir machen? Strafe zahlen, wieder löschen oder ignorieren. Wir zahlen Strafe. 288 stecken. Mein Gott. Ist doch wurscht. Ja, ja. Maritza. Ist schon klar. Alles ist gut. So, können wir das noch... Wir können das hypen für 90 Dollar. Das sehe ich aber nicht ein. Das ist mir zu teuer. Nö. Machen wir nicht. Ich mache Pause. Schluss für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ja. Wie geht es euch so? Ähm. Habt ihr den Eindruck, das Ganze ist jetzt T-fix? Die Mühle ist kaputt? Ist das ein bisschen stressig geworden seitdem? Ähm. Ja. Was ist mit der Miri? Nö. Plötzlich sind wir egal oder so. Ganz, ganz merkwürdige Nummer. Ja. Schreibt mal eure Tipps, eure Tricks. Ich sage danke und freue mich auf und wiedersehen. Beim nächsten Mal. Bis dann.